Ja, ich weiß, eine schöne Animation, die keinen Schwein interessiert. Ey, wenn du stirbst, hast du Pech gehabt, dann musst du halt die Kacke nochmal angucken. Weil das ist ein richtig cooles Video, was du hier zu sehen kriegst. Guck, die sind auch 60 Meter von mir entfernt. Oh, Pech, die sind so 115 und 106 Kilometer entfernt. Wer hat so ein Fick, sind das, was sind das, sind das Flash? Haben die eine Beth-Hülle hier, dass sie irgendwie da durchkriechen können? Sie wissen jetzt, dass wir hier sind. Ja, ja, ist klar. Bin noch extra in Deckung gegangen. Ist mir egal. Ist mir egal. Ja, er hat eine Verstärkung. Ziel erledigt. 3 Uhr. Wir sind unterwegs. Eine Vierstuf. Direkt vorab. Schütze. Ich kann mit dem scheiß Visier nicht visieren. Das kannst du vergessen. Vielleicht mal eine andere Waffe nehmen. Die Waffe kann ich nicht aufnehmen. Ich bin unterwegs. Direkt voraus. Ein Schüsse. Dann haben wir die dear subscribers CS hier auch abgehoben. Und nicht die tab 우len. Es ist genau notwendig eine andere. Und ein Schüsse wäre angst. Ich bin vei ponies. Fuck, das war knapp. Fuck, das war knapp. In Bewegung. Ziel erledigt. Aufpassen auf drei Minuten. Das schiegt nicht gut aus. Raus klar. Ihr müsst wissen, dass Sie keine Chance haben. Ich halte Sie am Boden. Abschluss. So, jetzt kommen. Weg von uns. Hey, es ist doch unglaublich schon wieder. Hier war 200 Meter. Du bist in Ordnung, weiter. Wir sitzen fest. Sie versuchen es von rechts. Rechts von euch. Falle ich den Spezialeinheit. Ziel erledigt. Zeig sie, du Affe. Zeig sie, du Affe. Ich fass es nicht. Jetzt ist der auch noch entkommen. Ich brauche einen Sniper für die Scheiße, Alter. Um die zu kriegen. Es ist wieder einfach nur unnötig, unnötig gemacht. Ja, immerhin. Gegner sucht Deckung. Ich zieh auf. Schaut du motherfucking Arschgesicht holen, Boxau. Das war ledig. Komm, rein gut. Komm, rein. Komm. Komm. Komm, rein. Komm. Komm. So, komm. Das gefällt mir nicht, zu viele Gegner, keine Deckung. Er hätte einfach mal da ausballern können, wie wäre es damit? Los, los! Kein Schmessler, Vorsicht! Fahrer ausschalten! Tor, komm! Okay, wie ohne die ist diese Aktion jetzt? Ich muss nichts machen außer ballern. Okay, komm, komm, komm! Wenn du so behindert läufst, kann nichts passieren. Wenn du nur, nur so läufst und ich nicht mal anvisieren kann mit dem Visier, also, weil, das ist ja die reine Logik beim Shootern, dass wenn du nicht durchs Visier guckst, deine Kugeln sämtliche Milliarden von Kilometern verfehlen. Das ist klar. Und warum kann ich also in dem Moment nicht ranvisieren? Hey mein, haben wir es bis dahin geschafft. Und von hier aus einfach zu ballern, das wäre so einfach, bumm, weg wäre! Keine Deckung. Wir müssen runter. Ja, ja, komm, wir gehen runter. Wir müssen runter! Wir machen nichts unnötiger, als es sowieso ist. Los, los! Ein Spitzner! Einer, du bist gut! Fahrer ausschalten! Torne, Torne! Direkt voraus! Auf mich hier, hab deine Panzerfaust! Los, weiter! Los, los, los! Ein Spitzner! Los, los, los! Ich hatte ihn gerade 5 Tessen mal abgeballert. Habe ich ihn? Ja vielen Tanks, warum nicht gar nicht so? Cool! Gehe von oben. Position. Was denn, Hunde? Kosek, warte. Hat euch Herrchen wieder an der Leine? Halt das Maul. Genau, Kosek. Da geht was vor. Wohl, bitte wiederholen. Ich verstehe nicht. Wiederholen, Kühnchen. Also warten Sie auf. Hier soll was. Signal. Kosek, warte noch. Du solltest auf dein Herrchen hören. Ich brauche kein Gott zur Rettung. Das macht deine Regierung. Zurück, Kosek. Wovon spricht er? Zurück, das wirst du bald sehen. Lachen wir den Geld jetzt ab, oder was? Wir haben noch den Befehl. Warte. Hunter, Ace Ziel nicht angreifen. Wiederhole, Ace nicht angreifen. Overlord, bitte bestätigen. Wir haben das Ziel jetzt im Visier. Bestätige, nicht angreifen. Es ist nicht von mir, Hunter. Kommt von ganz oben. Sie wollen ihn leben. Wir dürfen ihn nicht anrühren. Klar? Verstanden, Overlord. Hunter greift nicht an. Was? Weg damit. Wir sind nicht so weit gekommen, um dieses Stück Scheiße laufen zu lassen. Das gefällt mir an euch. Euer Gehorsam. Ihr gehorcht immer. Selbst wenn ihr im Feuer umkommt. Wie im Nicaragons. Du hast deine Befehle. Du musst mir helfen. Du darfst sie doch nicht berühren. Nein. Komm zurück. Das kann sie doch nicht machen. Nein. Au. Ja. Kann ich ja jetzt nichts für, dass er jetzt gestorben ist, ne? Keine offene Rechnung. Das war Tom Clancy's Ghost Recon Futures heute. Ich habe, keine Ahnung, Advanced Forward Fight. Ja, ich freue mich. Ich kann echt nichts viel dazu sagen, Leute. Ich habe mich über alles aufgeregt, was man sich darüber aufregen konnte. Ach ja, es war nicht wirklich nötig, aber ich habe das jetzt durchgezogen. Gott sei Dank. Ernsthaft, ich muss aufhören jetzt. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich lasse jetzt trotzdem der Nettigkeit halber, lasse ich jetzt die, ähm, durchlaufen, die Scheiße. Ihr könnt von mir aus jetzt schon beenden. Ich lasse jetzt noch durchlaufen. Genießt die Musik. Schrull, alles in die Kommentare, was ihr in die Kommentare schreiben wollt. Und diesmal kommt wirklich ein Spiel raus, worauf ich mich freue. Ein großes Spiel diesmal. Ein Horrorspiel habe ich ja schon erzählt. Zwei gibt es ja zur Zeit. The Evil Within und, ähm, äh, hier, äh, wie heißt das andere nochmal? Äh, äh, Aliens Isolation. Eins von den beiden habe ich mir jetzt geholt. Und eins von den beiden werden wir jetzt auch Let's Playen. Darauf freue ich mich schon ein bisschen. Mal ein bisschen die Hose scheißen. Wahrscheinlich mit Facecam. Ich weiß auch nicht so ganz. Jedenfalls bedanke ich mich für's Zusehen. Und, äh, hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal online. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018